ja und willkommen mein name ist dann die wahlp und wir begrüßen euch zurück zur kraft und trinken und ich habe dekorationspaket was ist denn was ist drin was ist denn der weltkugel hier gibt es die besten klobester alle zeiten ich sag den namen nach nach der aufnahme dann wäre ich doch schon wieder vergessen habe ich habe auch als mal wer bist du es der große künstler dann hier hoch naja da vor ich habe vogel kein so gar nichts tun muss zeug einsammeln nein so gar nichts geerntet gerade ich habe zwei dekorationspakete mal sehen was drin ist bist du bereit ich bin weit ich habe eine ablage und plumpsklo ausgezeichnet so ist man nicht wieder jetzt müssen wir nicht ins meer machen war jetzt noch mal ein luxus ja luxus ich habe mal ich habe das bloß vergrößert und ich habe auch mal die stellen repariert der heilige hier wer weg das bad hat ja sehr gut ich muss aber es lang so auch sicher brauche ich einen neuen hagen weil meiner geht langsam da müssen so komisch so hat aber eine ablagestelle für unsere blumen und unsere blumsamen lang ausgezeichnet ausgezeichnet dann bin ich mir erst mal nicht sicher ob wir da noch machen können erst mal ja wir können erst mal hier weiter erkunden ja so weiter erkunden wir müssen ja irgendwie auch auch noch an wolle kommen und wir wollten anfangen in sekt zu fangen ja ich war da ja die dinger platziert aber tut es ja muss man da mehr machen es braucht ja noch ein bisschen eine wiese können wir auch machen aber da brauchen wir ja noch nicht mehr wollen ja da machen wir ja für tiere welche wir nicht haben ja wenn wir wenn wir die haben wo sollen wir mit denen hin ja stimmt ich mir ich denke mal dass unser heutiger part erst mal wieder daraus besteht dass ich das bloß gemacht hat mag ja auch ich habe kein kunststoff mehr ja das ist immer problem hätte ich auch ab so manchmal in die dinger ja gucken in diese sind netze am boden manchmal ist da auch drin ich habe die gerade natürlich sicher doch dass sie ich weiß daraus meister krause ordnung muss sein ein klasse serie damals gerne geguckt ich brauche kunststoff der high ist am knabbern machen weg das hat er hat geknabbert er hat geknabbert ich steuere auf eine insel zu alles klar warum wir die insel gerade ich freue mich ja klar wir brauchen wir könnten alles wo wir nehmen alles was wir kriegen können ich meine wir sind ja auch der hohen c und mein haken ist kaputt ich brauche ich habe das was genommen und da sogar dekorationspaket noch 1 das kiste 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 witz und vogel rupfen rupfen und vogel abvogel getötet unser ob gott ihm sich mal alles gleich noch mal umordnen da sie jetzt ein bisschen merkwürdig aus was ich mache aber ja ich sehe ich habe einen vorgang bekommen was noch eine holzbadewanne jetzt das ist mal das ist das und das brauche ich jetzt in sparen das ist mein ziel brauche ich dafür haben wir haben sie vor allem was brauchen wir sind fürs pumpen fürs bloß klo riecht weniger streng als erwartet holzbadewanne garantiert ohne splitter bräuchten bolzen besetzt und selber lichte mal den nagen also setzt man den nagen gab damit wir immer anfangen können zu looten soweit entfernt noch klar wo kann man da waren weil wir wir stehen hier unten ok bringt uns näher an die insel dann war ja so kleine insel noch ein stück noch ein stück noch ein stück und halt keine keine banken ketten die paar kratzer wollen wir wieder aus das meint 12 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 das haben wir sachen wo die einlagen können sagt genau hier gibt es aber nicht viel anscheinend gibt sie nicht viel so eine kleine insel ein bisschen holzplanken und so du nimmst das jetzt viele bäume ohne rote blumen rote blumen melone blau blumen warum warum ist hier kein wasser drin scheiße ich verdurste nein ich verdurste nein ich darf nicht verdurste ich bin ich bin noch zu krass zum sterben übrigens meine manche meine flossen sind kaputt gegangen na ja doch naja was soll es sich immer neue neue zeile machen so ich glaube das war schon hier bäume abgehackt alter zerstörer war von oben sie das ganz schön groß aussehen ok weg hier jetzt nicht unter wasser so können wir gehen wieder ja noch heben hallo sagt zu essen macht einmal essen ich bin dabei was es heute geht nein sagt sie heute gibt's chicken ich bin mal unser fluss ein bisschen am modellieren vielleicht schon gesehen hatten wir irgendwo eine seilkiste oh ja aber hat sich jetzt ein bisschen komisch aus palmenblätter dann seiler melone und mannungsvoll dann futter ich dem wir haben keinen keinen platz mehr für federn dann machen wir mit denen ja was soll ich machen schmeißt die weg was weiß ich ich schmeißt sie weg brauchen sie eh nicht wenn man eine tolle große braucht mein mülleimer da ist mein mülleimer was fehlt mir hier planten habe ich doch ok ok muss ich sagen es schicken überhaupt schon fertig hier ist schicken ist fertig nimm dir auch nimm dir auch mal hier drei schicken ja ich hab mich gerade anders beschäftigt auch so ist das also ich mache hier essen und du bist beschäftigt richtig ich sage ich sage ich sage ich sage fürs überleben und du sorgst hierfür hierfür die dekoration das ist das ist hier unsere arbeitseinteilung du kommst jetzt wenn ich hier hin so und ich jetzt wüsste welche seite richtig ist da oh gott da muss ich das mal wieder umordnen machen wir halt so du kommst da rein so wird hat schon ja und ich hol mir jetzt mal noch dieses fass ja aber die fehlerkiste ist da war unsere kartoffeln und rübenkiste ich habe ich habe alles vorbereitet für nächstes wo wir jetzt beschlafen gehen schlafen gehen eine sekunde wir sind ja noch nicht entfernt war wir sind schon längst weiter wir haben schon von 46 tage überlebt ich glaube wir müssen mal in die andere richtung gehen dann sagt tschüss tschüss zur insel und hallo oh mein gott oh mein gott der kopf der sieht so fucking in kulaus moment warte 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 nein nein bitte nicht sprich mit mir diese böse sie hat unsere kartoffeln gefressen ich meine okay wir haben mittlerweile genug davon ich kümmere mich mal um neue ernte ja ich dekoriere unser fluss ja ja gott dafür ist nicht daran passen doch mein gott ist das ganze mit hat voller federn stimmen nicht wahr naja pflanzen nein nicht der stein das weg wäre eine tonne steine oder eine tonne federn noch mal alles weg zu fressen nein bitte jetzt so viel kunststoff in dieser kiste so da muss ich also ein ding immer weg machen leider sieh dir das an komm mal her ja guckte man wie viele fester hier sind ich habe keinen haken wie das kann da macht der heim machen wir gleich ein plan von kunststoff kann ich entfernen aber ich kann einfach entfernen aber ich habe meine abgerissen ich muss vergessen ich habe übrigens noch mal zwei noch mal steinert also mein stadt nee so sogar drei dekorationspakete bitte bist du bereit naja aber ich bin hungrig ich brauche zu essen haben wir noch mehr als genug was noch eine flagge noch eine flagge noch weiß ich jetzt mal eine gemüsesuppe diesen nachkommen man muss deine gemüsesuppe du hast es nötig ich hab dir viele gesehen ja ich mache unser fluss mal wieder größer so kann ich nicht einfach das ding auch entfernen so ich habe alle alle stellen aus ausgebessert und habe das fluss vergrößert ich werde das fluss auch noch hier noch um noch etwas vergrößern damit wir hier noch ein bisschen mehr anbaufläche haben das heißt natürlich wenn ich natürlich mehr kunststoff den ich nicht habe den wollte ich jetzt nicht wegwerfen den das ist doch überall in dem findest du überall also ich hatte ich habe noch ein dekorationspaket neuer flagge der ist heute ist heute irgendwie tag der flagge oder sowas in der art habe ich da irgendwas nie mitbekommen ich würde bisher schön am sammeln wenn ich hier als um dekoriert naja also ich finde das ist eine perfekte aufgaben teilung ich habe noch ein dekorationspaket der vögel der vorher kommt ins wasser na komm mal sie sehen er entkommt aufs meer was die delfine warum sind wir so weiß unter wasser was ist das denn ich glaube ich ja ich glaube ich habe gerade ein delfin angeschossen ja april sich da der film mit den heim ich habe gerade einfach etwas abgeschossen okay ich meine es hat nichts gehabt man kann wirklich nach der hei der hei du hei du mischstück du mischstück wir steuern auf eine insel zu ich bin irgendwie mehr fokussiert gerade auf unsere der flusser aussieht ganz sehr vertiefden meine pillen für mich bereit welche will welche will i have a taste for blood ja und sie kommen alle zu mir so ich baue planken du sollst gleich planken kriegen da kann der heim aufgehen dann schon lange nicht mehr gestochen ja aber übrigens ich habe noch ein dekorationspaket erst mal man kriegt diese rohe rübe hier da nehme ich dieses dekorationspaket und öffne und öffnen sie was drin ist wahrscheinlich eine flagge eine malerei renovator und auch crafting recipes von packages was schon alle haben wir schon alle anscheinend schon wow und das nach umgerechnet 14 parts ja 13 14 wir sind so fucking schnell okay also wir haben hier eine ganz ganz kleine insel naja siehst du sie da und bist du da bist du da stehe ich da ist das ding meine ich ja da kommen wir mal hin steuern ja steuern mal dahin ich glaube das segel kann man auch mal irgendwie auf einer höheren ebene irgendwann mal machen naja naja die ganzen sammeln jetzt alles schöner platziert mhm und sieh dir diese ernte an an ich bin so so fucking stolz auf mich ok und die wassermelonen sind gleich auch schon fertig sie sind ja ich werde ich werde noch mehr an bauflächen machen war damit wir noch mehr pflanzen können also 34 noch eine ja 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 ich habe nur noch eine anbaufläche gemacht werde werde hier neben noch einsetzen jawohl ich habe es ein dach über den kopf gemacht lassen sein dach über den kopf gemacht kugeln müssen wir wenigstens nicht mal unter freiem himmel pennen machen wir das hier die wassermelonen sind fertig gott wie schön hat jetzt hier aussieht in der augenbauer wasserbelohnen wieder neuen samen ich habe keinen jungen noch ein anderer samen die zutat lautet ananas gesponsert von ananas so sieht auch hier schön aus hier hat ja ich mach mal man kann man da essen ist ja ist ja immer noch drauf dieses kunststoff also das gegenstelle drin gewesen ein gegenstand hier ist ja man ich habe kein kunststoff hast du zu welch einmal kunststoff ja nämlich hier kann ich nämlich eben diese eine kaputte stelle hier mal eben beim reparieren dinge habe ich noch ein genug gerne vorsicht sie war an einen ort so platzieren bei 100 foundations diese sei seit hier oder essens und anbaufläche sein die fläche da vorne da das ist unsere sammelfläche müssen wir alles hier so schön platzieren und so ich brauche eine axt übrigens eine axt kündigte machen schon mal nach ich glaube ich aber auch genug ja 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 warte 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 ich gebe sie dir ok hier bitteschön dankeschön wenn ich nämlich auch eigentlich mal wieder ein bisschen stoff aus dem inventar los so jetzt brauchen wir hier noch ein paar wende kann uns nichts mehr passieren dann machen wir mal irgendwie hier so zunehmig an das habe ich keine planken übrig weil ich alles hier für mein er auch nicht mehr so viele planken ich werde mich jetzt hier mal eben hinsetzen und auf das dunkle mehr hinausschauen also ich noch nicht hinlegen das können wir auch machen hatte ich heute noch in dem baum kurz ab ja 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 mach nur machen von dem sollten wir vielleicht auch mal ein paar mehrere hier machen das kann ich machen das ist kein problem das war ein großer anbauflächen dafür brauchen wir aber bolzen und für bolzen braun brauchen wir mehr wollten noch mal glaub ich ein paar irgendwo neben eine forschungstisch glaube ich wir haben zwei bolzen da haben wir zwei bolzen ja okay dann lassen dann lass sie mal da liegen wenn ich wieder genügend klanken habe kann ich da neue anbauflächen ist kein problem ich habe nur für mich aus einem würde ich dann drei machen trinken 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 er vergisst ja auch hier voll zu machen und dann nur so geschlafen gehen ich habe ich habe gerade voll gemacht ich sehe gar nicht da was da drin ist ja ich habe es auch nicht gesehen schlafen ja und jetzt wieder guten morgen morgen wo sie sich einer diese ernte hier machst das harte arbeitsrecht endlich früchte also mein frühstück wird heute melone seien nur gott ein sofa platziert war ein des kurs hier break of pick up wanda box aber ich die ganze die haben dekorieren bin sachen hin und her einzigen ja 1 jemand noch blöd ist es der anker der jetzt ein bisschen weg ich kann da keinen dach drüber bauen deswegen muss ich den irgendwann mal nach vorne packen am besten ja mal lass uns das später machen ich kümmere mich mehr um neue ernte jetzt geht es kaputt er ist tot auf den grill mit dem zeug ja auf den grill mit dem zeug und dahin ist noch eine insel ja ich habe ich habe vergessen zu gießen weil ich gerade so abgelenkt war weil du grad getötet hast und immer noch sind auch alarm völlig ja wenn man neue also alles gegossen ist noch nie alles gegossen hier vorne muss noch gekocht werden und diesen diesen gießen 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 schuhe müssen auch noch hier und hier werden ja okay ich kümmere mich darum sobald was er hier fertig ist ich finde die inseln jetzt irgendwie nicht so spektakulär erst gesagt ja wir brauchen halt wieder große inseln ich wollte eigentlich nur planken ich bin nur planken also auch noch wieder mal eine neue essens box ich werde mal eine machen falls ich genügend materialien habe ich habe was nicht dabei ist ok ok schön hat jetzt hier aussieht ihr halbwegs ja was sie so wunderschönen hier aus und bei jenseits relativ nah gehen wir noch kurz dahin man die segel treffen würde manchmal planken ok wir müssen ja mal ich brauche ich brauche kunststoff wobei weiß doch wie es angefangen hat ja einfach so in dieses in dieses nasse gewässer hier einfach reingeworfen und jetzt sehe uns an ja gut guckte mal auf los an ja ja das sind so wunderschön aus so was hat hier ich habe schon ganz vergessen wir zurück als unter was er aussieht ton ja so und da gibt es jetzt glaube ich habe mich aber was gut ist ich glaube ich habe metallerz ja ich habe metallerz jetzt bist du blöde hey ich mache mir auf die planken ich habe auch gleich voll ich bin gleich voll ich hoffe man hat kein kopf durch die gegend ich hatte doch gerade dann ist eben der mango und noch eine und noch eine übrigens mein bogen kaputt weil wir heiß schon wieder wie sport gibt es nicht da ich hier sind noch so viele rc kupfer noch mehr kupfer stein 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 der heide hier gerade lang geschwommen hat er hat den pfeil in der nase also ich habe keine dinge sind nicht natürlich da bauen muss holzboden sieht also seetang mitnehmen geht sogar hin also dafür wieder so ein ding nicht so ich brauche eine gemüsesuppe mal wieder langsam muss auftauchen nichts auf abhilfe so der heikon kommt hier ein ton müssen wir tun schmelzen ne ton müssen wir nicht schmelzen kupfer müssten wir schmelzen und metallerz ich tue mal das metallerz hier mal rein oder sollte was macht ne weiße was dann nämlich überhaupt kein platz mehr so ein paar kartoffeln ja gar wir haben schon so viele von denen hier also kartoffeln ich tue mal so kartoffeln geräten weil wir so voll sind ja unser unser fleisch ist übrigens fertig und da habe ich aber super ich habe immer zwei genommen ich bin ja noch voll weil ich die blumen alle mitgenommen habe dann kommt rein ist hier noch nähe ist kein platz mehr frei für meine jenkel ja was die fehler angeht die schmeiße ich jetzt mal weg wo sind der mülleimer den habe ich außerhalb da wenn ja 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 ich habe ihn gefunden ja ich habe ihn gefunden also ja ich mache ihn was soll ich haben die simsons waren die sollte irgendwie ja irgendwie ein klavier irgendwie so auffangen irgendwie aus dem fenster gehen wird so waren die hast du es was soll ich haben ich brauche haben haben wir noch ton übrig neben den dings nehmen das schmiede neben der schmiede naja ich nehme mal den ton ja sollte ich auch mal machen könnte eine treppe damit war dann oben ein paar sachen hinpacken können nur wo ich eine treppe noch mal finden ich möchte auch ein bisschen dekorativen zeug bei mir haben naja na hier unser so dekorativ mit zwei pflanzen dahin gesetzt möchte auch so eine pflanze haben noch nicht ich will erstmal ja ist ja so wie alle da muss man hier mit dem hammer machen planke und lagern nicht mal planken war ja klar okay nägel kann ich dir geben ja nägel haben wir ja noch eine schrott und so schrott bis mal ein bisschen mehr sammeln glaube ich schrott müssen wir sammeln und ja schrott habe ich ja habe ich sogar noch gesammelt aber ich kann im moment noch nicht runter gehen ich habe nicht sehr viel energie und ich will es ich will beim besten willen halt nicht sterben und hat man was das entscheiden von dem mal ja klar ich war ja ich war da unten habe metallerz und so ein schwarzer abgebaut hast du es echt nicht mitbekommen ja nur gehörter du metallerz gerade gefunden hat sich schon nicht gewusst habe ich mit einem high gekloppt dass ich habe ich mich mit einem high kloppt so ist ja noch irgendwas sonst kann man wieder gehen ja sonst ist ja nichts oder was ist der art und meine super gegessen ja und wenn das stein ich war fast voll noch hier ist eine kiste hier ist metallerz also platz war ich habe gar nicht ja ich habe platz frei dass hier oben an einer wasser oberfläche ist da kommt da kommen kommen wieder hoch und für mich dann dahin ich bin ich bin da oben sowieso hier ist nämlich nicht ich sehe ich war dann schmeiße ich die blumen im weg da ich bin mit metallerz aber glas war lauter jetzt muss ich ja das metallerz nicht beteilbar und so ob ich habe irgendwas geholfen nein ich wollte nicht boah leute dass man mit teilbaren und da werde ich den nächsten klumpen reinsetzen und so jetzt mit diesem mit teilbaren werde ich die welt beherrschen überhaupt der holger hat der hängel wird deswegen so ich mal einen nagel noch einen nagel brauche ich noch einen nagel dann kann ich dir geben wo stehst du ja dahin ja so ich glaube ich kann platz hier nochmal papa das mache ich mir mal schön seide so machen wir folgendermaßen wo sich die treppe in pauren weil nicht ich will hier am liebsten da aber da sind die ganzen kisten jetzt gerade im wege ne scheiße ich habe keine flanken ich habe gar keine planung so kann man den wieder abreißen die die treppe nicht muss man wieder abholzen ist klar dann plötzlich mal ein paar sachen da oben wenn ich platz hier mal das segel nach oben geht das platz oder ok einfach ein bisschen mehr platz haben ja ja kann ich eigentlich ganz nach oben irgendwo packen solange irgendwie ein loch irgendwie und ich glaube das geht nicht ob das glaubt der muss tatsächlich da unten bleiben aber es jetzt zu mir ist da oben mal das segel hin das kleine segel unser ding ja ziehen kann aber schlafen gehen damit ich sehe ja klar hier hat meine schönen pflanzen gesehen wo hier neben mein bett und diese sauerstoff ja ich atme ihn praktisch ich fange mal an hier zu ernten macht oder so ist der anker weg ja wieder neues zeug ich pflanze hier ist ein loch ich habe keinen kunststoff und ich habe keine planken kunststoff habe ich ein paar und ich mache ich glaube langsam weg das spiel dann zurück wo sie noch so ich glaube an sachen breite brauchen wir am fluss erst mal nichts machen wir brauchen mehr platz ja deswegen hat der die ganze zeit das bloß zu erweitern eine länge müssen wir nicht gehen ich will mal mehr in die höhe gehen aber ja den empfänger und sobald als hier mittlerweile haben ich immer mehr in die höhe gehen nach stadt wir machen das fluss länger und breiter wir machen das große das machen wir so ja das spiel ist ein bisschen anbogen gerade ja ich merke ich merke gerade am laufenden band die gewässer sind amok und wenn die gewässer anbogen sind meinst du das ist ein guter zeitpunkt den part zu beenden 15 minuten nicht noch so viel ja ich gucke die ganze zeit du brauchst du brauchst mich nicht gemacht ich baue nur einmal kurz in der richtung dann sehe ich die uhrzeit von ich bin ich bin pringelig bei der sache ich war schon auf ich mache das schon seit zehn jahren ist ja gut ist ja nicht so als ob ich kein vertrauen zu dir hätte was muss ich hier noch anders sagen da rein damit all der metallerz kann ich auch noch mal schmelzen ja ich werde jetzt eine komische hand animation gemacht mit meiner linken hat warum hast du das gemacht weil ich das aus derzeit wenn man irgendwie so ein kreis macht mit seinen fingern irgendwie sagen wie so aus okay weiß ich wieso warum tust du das und warum zum fick habe ich keinen platz mehr ich brauche mal ausnahmsweise mehr planten als als kunststoff das gibt es nicht mehr kunststoff diese kiste wird mir jetzt weiterhelfen nein die weg ist die so unsere pflanzen da habt ihr es nein ich habe nicht genug ich habe nicht genug für alle pflanzen da kommt ja gar nicht mehr durch auf planten kann kann was hier drin naja mal noch kupfer ist auch geschmolzen werden ja auch schmerzen glas glas sind die bau mal glas würden noch gar nicht halt für so ein glasbehälter was mache ich schon so mache ich mir noch mal jeden paar seien damit wieder mehr platz habe warte moment ich kann ich kann mir ein trinkglas machen perfekt für saft aber wir haben keinen saft da stimmt was brauchen was brauchen wir für so nennt safter und wir brauchen dafür klang und holz wollten kann ich machen ich habe zwei metall waren ich muss das wegwerfen so ich habe dann holz schwer gut okay ich brauche glibber und ich brauche leiten leiterplatte dafür was im beteilbaren glaube ich und scharniere oder bolzen irgendwas wird schwer zwar zu gründen ist dein kopf war bahn ist fertig ich bin raus so lager den ein ich lege mal in den bolzen ein ich habe doch gerade das ganze dinge auf wenn man den rest trinkt ja ich wusste nicht so der da da der noch nicht mal dran geknallert er dann einfach im vorbeigehen mit geputzt der hat gibt es nicht im vorbeigehen war schon voll angekratzt nämlich an ich schaue mal nach was man leichter planke noch mal so braucht leiterplatte frauen wir kunststoffe brauchen kupfer und wir brauchen glibber ein glibber habe ich mal irgendwann gefunden aber ich weiß nicht ob denen schon benutzt hast das habe ich glaube ich schon benutzt ich mache gerade neuen glibber kupfer kupfer bahn haben haben wir mehr als also ich denke denke mal dass ich den sagte schon schon sehr bald machen kann ja ich kann man mich darum ich habe ja auch ein kupfer sich gerade das noch kupfer ja lass mich erst mal hier schmelzen das wollte ich es sein damit die glibber kriegen ja ich habe dann glibber aufgehoben ich habe dann daneben gelegt weil ich habe ich nicht von eingeladen sei oder ist ein fuß drin ich habe den glibber sah da drin ist ein kupfer bahn doch da ich kann sie schon machen so ich habe die leiterplatte ich tue so vor allem nach oben dann können wir von oben haben da haben wir eine bessere aussicht das machen wir wasser und die ganze zeit die dinge ich brauche ich brauche vier mal glibber dafür heftige lecks gerade da kommt so viel zu ich dachte ich kann den kunststoff unter dem boden die einsame okay so alles tut sich hier voll zeitverzögert hier aufbauen aber aber wir bauen es ab ich tue hat fast vom zweiten stockwerk ja so sagt es dass wir auch wieder nägel brauchen ja gut ich habe ich habe es noch ein bisschen schrott und eingelagert aber im moment nägel haben wir noch mehr als genug wir haben noch 49 nägel wir tun schon lange keine dinge mehr keine schrott habe ich so gefühl also ich tue jedenfalls keinen mehr sammeln in letzter zeit schrott haben haben wir auch noch so um die 22 ich im schrott kann ich ja aber nächstes mal sammeln aber jetzt natürlich den kupfer bahn hier wieder rein fakt ist fakt ist einfach wir brauchen also nicht uns wasser wasser böse wasser ist böse wie böse ist wasser denn sehr böse was wenn wenn mehr jungfrau mann das mit kriegt meinst du der kriegt das mit nicht habe ich ja froh jemals wir gehen eigentlich ins wasser also wir werden hier fahren ok ok da ich sehe schon darum dass das sofa in platziert ja ja das geht hier alles vorbei da gibt es nicht also dann nehme ich mal das hier da muss ich wieder hier wechseln mein gott das einmal kurz weg packen und dann mache ich einige netze noch keine ahnung glaube ich sollte mal wieder anfangen fische zu angeln ganz viele hoops später doch schon wieder getan ja noch nicht den habe ich noch erreicht er ist noch erreicht hatte denn hier hier noch weggefressen da war schon weg aber ja ich habe es eben repariert okay dabei steht fest wir machen das bloß irgendwann sitzen wir hier hinaus eine villa rauf ja irgendwann aber nicht heute eines tages aber nicht heute ich werde erst mal wieder hier ich weiß nicht genau hatte ich ja gerade vor ort aber es wird schon krass ich brauche ich war nur planken ja dahin kommt eine menge ich brauche punkten mehr als andere dann sammelt die planken ein und ich kann mich eben ums essen essen ist das ein deal machen wir die ich mach voll die gerade ja voll die hier ja 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 nein kommst du war es halt unter dem fluss und da kommen drei fesse auf uns ganze drei an der hand ich brauche alle planen die ich kriegen kann grundstoff den ich kriegen kann aber das wäre auch ein fass übrig mindestens eins die tricke ich habe es so blöd platziert ok du ach du ach du ach ach du du ach ach du ach du du ach ach du ach du ach du ach ich habe mein haken gemacht aus plastik ich habe planken aus plastik es ruckelt teilweise kann man schlafen gegen ich sehe nichts ja dass wir eben das was einsammeln ich würde vielleicht noch kurz eine rüber machen und rüber topf ja macht macht den rüben topf du kannst ja auch hier hier eine gegarte kartoffel nehmen konnte ich auch aber ja kommt nimm dir die beiden kartoffeln um sie ich sehe nicht ich bin nicht mit einem punkt erreichen wo wir hier weil ich habe ich alle ich habe eine zeitlang nur kartoffeln er gefunden in dem spüren die sind irgendwann weggegangen dass sie den lud an der nun denn der lud tut gut und ich glaube ich sie da in der insel ich überlege mich an den ganzen bänden die ich habe das schlafen gehen oder steigt lang hat den voll ich glaube daher deine suppe ist fertig ausgesagt das bräuchte ich nur noch einen topf du brauchst nur noch eine schale ich weiß ich habe ganz viele ich habe ganz viele gemacht trinken irgendwann stimmt ja immer nicht mehr ernte doch einfach die ganzen belohnen kannst du dir kann das alles fressen nein ich denke erst mal fünf schlücke hier von meiner flasche fünf schlücke ja jetzt bin ich jetzt bin ich voll mit wasser ich bin auch ich bin auch gerade auf maximal ich werde mir noch mal einen zweiten haken machen mein gott ich habe mir so viel ok dein glibber ist fertig mein glibber ist fertig her mit meinem glibber habe ich hier eingelagert in den linken ausgezeichnet hier hier sind ein paar gegenstände das insel habe ich doch vorhin gesagt ich bin auf so viele andere sachen hier fokussiert gerade ok was er gesagt hat dass so viele planken brauchst na ja noch kurz rein da kommen wir ein paar bänden wir können ja schon ein paar bänden dann können wir ja ja gut dann erheben wir uns die insel für den nächsten part auf genau ja ja für euch ist es der nächste part für uns ist es in ungefähr zwei minuten genau so läuft ab genau hast du dir danke schon gelichtet also bislang also abgesetzt ja sehr gut dann bis zur nächsten folge leute ciao